Vierter Akt für König und Vaterland Ihr habt noch keinen Tag im Lager verbracht, als sich ein mit einer Kapuze bekleideter Fremder eurer Gruppe nähert. So treffen wir uns wieder. Die Brüder und ich haben lange dafür gebetet, dass ihr hier sicher ankommt. Wir sind erfreut zu sehen, dass ihr das Wissen, das wir euch anvertrauten, wohl eingesetzt habt. Aber jetzt müssen wir euch bitten, uns auch einen Gefallen zu tun. Herzog Trüff hat versucht, das geheime Wissen, das sich in unserer Bibliothek verbirgt, an sich zu bringen. Doch zu unserem Glück unterlief seinen Männern ein Fehler und sie belagern den falschen Ort. Während wir hier sprechen, sammeln meine Brüder das Material, das wir benötigen, um unser altes Kloster wieder aufzubauen, in welchem wir unsere Bücher versteckt halten. Wir können den Angriffen jedoch nicht länger standhalten. Wir können nur noch hoffen, dass ihr unsere Pläne für den Feuerfluss ebenso nützlich findet wie unsere anderen Entwürfe. Mission 16 – Der Rückzug Das ist doch eine Zeitverschwendung. Herzog Trüff, findet und tötet sie. Ich habe mich um Wichtigeres zu kümmern. Ich liebe eine gute Jagd. Ich werde sie aufspüren, niederrennen und ihnen einen netten, qualvollen Tod bereiten. Haltet den Angriffen des Schweins so lange entgegen, wie die Mönche brauchen, um die benötigten Steine zu sammeln. Zieht euch dann zurück. Die Sümpfe sind hier euer größter Vorteil. Sie bilden eine natürliche Verteidigung und dienen als Wasserquelle. Die Mönche haben euch von ihrem Feuerfluss erzählt, nutzt also die Wassergräben zu eurem Vorteil. Dieser Landstrich eignet sich auch vorzüglich für den Anbau von Äpfeln. Und damit willkommen zum nächsten Part von Stronghold. Es wird wirklich Zeit, dass jemand diesem Schwein langsam mal den Kopf abschlägt. Das ist ja furchtbar, wenn er redet. Grauenvoll. Okay, die Mönche, die uns unter anderem die Pläne für die Armbrüste und für die Balliste überreicht haben, brauchen jetzt unsere Hilfe, um ihr Kloster zu schützen. Na gut, eine Hand wäscht die andere, also von da sind wir dann natürlich dabei. Also, wie es aussieht, lernen wir hier die nächste Ressource, nämlich Pech kennen. Also, Pech hatte ich auch im letzten Part schon, aber jetzt kann ich es auch zu meinem Vorteil nutzen. Und Apfelgärten. Na gut, gucken wir mal in die Hinweise. Versucht so viel Pech wie möglich zu sammeln, um die gegnerischen Truppen damit zu verbrennen. Ihr müsst Kohlepfanden auf die Welle stellen und Bogenschützen daneben platzieren, um eure Pechgräben in Brand zu setzen. Das ist korrekt, genau. Ohne Pech, äh, ohne Kohlepfanden und Feuerpfeile können wir Pechgräben nicht in Brand stecken. Na, da können wir nicht einfach mal so ein Feuerzeug rausschleudern oder so. Baut genügend Steinbrüche und so viele Ochsenjoche wie möglich. Ähm, achten darauf, sie gut geschützt sind. Am Anfang sollten wir möglicherweise eher hölzerne Befestigung errichten. Ja, das ist natürlich eine gute Idee, wenn wir Stein brauchen, also wenn wir Stein halt sammeln müssen. Wäre es natürlich schlecht, wenn wir da erstmal unseren ganzen Stein auf ausgeben, eine gewaltige Burg zu errichten. Hm, also gucken wir mal. Okay, gucken wir erstmal rein hier. Also, das ist unsere Startfestung. Ich sehe eine Menge Pechgruben, eine Menge Pechgruben. Hier Stück. Fünf. Sechs, sieben, acht. Acht Pechgruben. Woi. Das ist ordentlich. Das ist richtig ordentlich. Der Rest der Festung hält sich in Grenzen. Apfelfarm, Käserei. Gerberei, wie ich hier sehe. Das ist wohl ein Pfeilmacher. Der Wegweiser ist da. Und wo ist eigentlich der Stein? Nein. Scheiße. Ach du heilige, wie soll ich denn da rankommen? Also, das ist ja mega weit weg von der eigentlichen Festung. Oh Gott. Kann man auf jeden Fall sehen, warum es empfohlen würde, Holzwelle zu verwenden. Da kommt man hier ja sonst gar nicht durch. Also, beziehungsweise, das wüsste man ja sonst unglaublich aufwendig alles abwollen hier. Hm, ich stelle mir das Tempo ganz runter. Und fange mit ein paar grundlegenden Dingen an. Apfelfarmen sind praktisch, wenn sie so nah am Kornspeicher dran stehen. Und vor allem sehr, sehr günstig. Mit nur lächerlichen fünf Holz als Kosten. Das ist ja wirklich gar nichts. So, wir brauchen eine Waffenkammer. Stellen wir hier ganz in die Nähe. Wir brauchen mehr Holzfäller. Ich hatte nämlich gesehen, wir haben hier nur zwei. Ja, genau. So, da eine. Ja, kommen wir jetzt zwei auch noch hin. Ja, perfekt. Wir haben drei von 26 Leuten. Also, die generieren sich noch. Haufenweise Mönche. Wie viele denn eigentlich genau? Wie kann ich helfen? 15, 6, 4. Nicht allzu viel. Ja, bitte? Wir sollten vielleicht anfangen, hier zuzumachen. Mit einem Holztorhaus. Oh, Mist, ihr blöden Viecher hier. Macht den hier. Hm. Das sieht ein bisschen kacke aus. Oh, hier sind auch noch zwei. Ihr könnt auf uns zählen. Sind auf dem Weg. Kommt alles schön nach vorne. Wo gehen gehen wir? Jetzt ist da zu. Problem ist, dann kommt da keiner mehr durch. Das sieht doch scheiße aus. Komm. Komm, das kannst du keinem erzählen, hier. Komm mal. Oh Gott. Wir sollten vielleicht eigentlich auch mal einen Steinbruch bauen, ne? Hm. Naja, von dem restlichen Holz kann ich mir sowieso kein Steinbruch leisten. Das heißt, wir können hier auch einfach zuwollen, ganz ehrlich. Ha. Ja, guck mal an. Haben wir unseren Bergfried jetzt eigentlich zugemacht? Ja, ne? Der kommt hier jetzt nirgendwo durch. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wir haben ja auch schon gut Pechgräben hier. Und sobald ich genügend Holz und Steinbruch habe, werde ich den ersten da auch sofort errichten. Wie auch immer ich den dann beschützen soll. Ich hab echt keine Ahnung, ne? Das ist übrigens ein lustiges kleines Feature. Jedem Apfelgarten ist ja ein Gärtner zugeteilt. Und die Apfelgärten durchlaufen Jahreszeiten. Also gerade ist halt Herbst. Dann, wenn die Äpfel halt reif sind. Und danach wird dann Winter und so weiter und so fort. Seht ihr schon hier, die Blätter verwelken und fallen langsam ab. Aber, der Apfelgärten gehört ja eigentlich zu dem Garten hier. Aber bei ihm gibt es keine Äpfel mehr. Das heißt, er pflückt einfach bei einem Nachbarn. Er klaut ihm sozusagen die Äpfel. Einfach so. Finde ich ja dreist, ne? Aber auch schlau. So, es sind fast alle Bewohner generiert. Und bisher nur unbesetzt ist noch die Zweider und hier die Pechgrube. In Ordnung. Ach, wir haben gar keinen Markt, ne? Ach, ich bin ja dumm. Ich vergesse wieder das wichtigste Gebäude von allen. Ja, ich habe den Markt vergessen. 15 Holz. Den baue ich gleich sofort. Ich meine, wir haben schon die 600 Gold. Das Kasse ist natürlich wieder unnötig Zeit. Obwohl, da kommt schon der erste Holzfäller. Die hier drüben brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen. Ist okay. Macht euch da keinen Stress. Oh nein, eine Motte. Verpiss dich. Keine Zeit für dich. Oder vielleicht ja doch. Wisst ihr, ich frage mich auch ernsthaft, was Insekten immer von einem wollen, ne? Die Motte hätte ja sonst so chillen können hier, wenn nichts passiert. Aber nein, sie muss mir hier vor der Nase rumflattern. Warum? Ach, der arme Junge muss jetzt hier außen rum gehen, um zu seiner Pechgrube zu kommen. Ja, Pech gehabt würde ich sagen. Hättest du dir mal einen besseren Arbeitsplatz gesucht. So. Nächste Holzfäller, dann kann ich mir auch endlich einen Markt kaufen. Das ist aber auch so viel Kostmus. 15 Holz. Echt ein Witz. Furchtbar. Also, ich spiele noch auf Tempo 30. Da schon, warum leuchtet der so langsam, der Junge? Komm, mach mal hin. Eine Botschaft des Schweins. Wie wollt ihr sterben? Falls euch nichts einfällt, ich habe viele Ideen. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Ah, du schnittst sowieso steinartmäßig eine Armebrüste. Das ist auch wunderbar. Ach ja, ich wollte noch einen Steinbruch brauchen. Das Wichtigste wird wieder vergessen. Klar, was sonst? So, obwohl vielleicht bauen wir den ersten, wenn das Schwein angegriffen hat. Sonst geht das wahrscheinlich direkt darauf und macht mich fertig. Ne, 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 gar keinen Bock drauf. Lass mal schön stecken. Oh, ich brauche noch Unterkünfte. Wir haben 30 Startsteine. Unterkünfte müssen aber schon errichtet werden. Das muss sein. Oh, das ist nicht mal ein Holzvorrat. Sehr schön. Die Truppen des Schweins greifen an. Oh, nö, geh weg. Und greift er an. Mit Knüpplern und Pekinieren. Und das nicht gerade wenigen. Okay, das müssen wir auf jeden Fall anzünden. Da hilft nichts. Bogenschützen bereit. Eine bessere Übersicht. Mein Bogen ist euer. Gucke ich mir das mal an hier. Das Problem ist, die Knüppler sind schneller als die Pekiniere. Das heißt, die werden wahrscheinlich überleben. Das Feuer überleben. Ich werde anzünden, sobald die hier in dem Bereich sind. Und zwar jetzt. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das macht aber weniger Schaden als erwartet. Oh, 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 oh. Das sieht gut aus, oder? Ich hätte gedacht, die kriegen mehr Schaden dadurch. Hm, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ja, die gehen außenrum jetzt. Oh, oh. Mönche. Macht euch bereit. Oh Gott, sind das viele. Okay, wenn sie jetzt anfangen, meine Pechgruben hier abzuknüppeln, oder was ist jetzt deren Plan? Schade, dass ich den Pech so nicht angreifen kann. So einfach hier das ganze Pechfeld anzünden, das wird schon klar. Nein, die können da außenrum. Da durch. Oh mein Gott. Das könnt ihr doch keiner erzählen. Ihr könnt auf uns zählen. Mit Gott. Erzählen, nicht auf uns zählen. Die zwei werdet ihr wohl hinkriegen. Ihr seid 15 Leute. 15 Mönche gegen zwei Knüppler. Die Zählen sind unergründlich. Okay, sehr gut, sehr gut. Aber mit dem Rest wird es schwierig. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Wir röcken aus. Wir stehen zu euch. Sobald ihr... Solange immer nur eins ankommt, ist das ja gut. Gehen wir, Brüder. Oh, was? Die Pekingärer haben sich unentschieden. Lol. Ja, okay. Dann dreht halt um. Ist okay. Die schwarzen Mönche sind bereit. Ist doch gar nicht schwarz. Lügner. Hm, ob das jetzt ein Fehler war, die wegzusch... Was machen die? Dann können sie sich mal entscheiden. Sehr wohl. Okay, wieder niedergeknüppelt von den Mönchen hier. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Wir sollten mal Leute ausbilden. Es werden Waffen benötigt sein. Ja, mein Freund, wie kann ich helfen? Gehen wir, Brüder. Gehen wir, Brüder. Okay, die haben die zwei wieder weggemacht und es leben nur noch die Pekingärer. Sehr gut. Dann müssen wir anfangen, langsam unsere... Ach nee, Steinproduktion läuft ja noch nicht. Stimmt, die hatte ich ja nicht gebaut. Aber dafür machen wir jetzt auch Hochtouren. Komm. Wir hauen direkt richtig raus. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So, leben die Pekingärer eigentlich noch? Ach so, da sind noch mehr. Aha. Die patrouillieren hier so irgendwie rum. Die haben wohl nichts zu tun. Ja, bitte. Und weiter. Ja, ihr könnt euch hier bereithalten. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Die können, by the way, keine Feuerbolzen verschießen, ne. Armutschüsse schießen ja keine Pfeile, schießen Bolzen. Und die können nicht mit Pech getränkt werden, sozusagen. Das funktioniert nicht. Okay, 15. Okay, die Drehung. Ja, weil die lieber gegen den Hund kämpfen, als gegen die Mönche. Feige, sag ich denn nur. Feige. Unfassbar sowas, ey. Fehlen mir die Worte. Wir müssen ja jetzt zwei Häuser bauen. Aber der Kornspeicher ist ja gut gefüllt. Da kaufen wir vielleicht mal ein bisschen Nahrung. Okay, ist natürlich nicht so viel wert. Und rüsten einfach weiter auf. Muss so sein hier. Vielleicht noch eine zweite Käserei dazu. So. Es werden Rekruten benötigt sein. So, was ist jetzt eigentlich... Ah, die Pikiniere leben hier immer noch. Und denken sich so... Ich geh gern durch den Sumpf. Na gut, wenn es ihnen Spaß macht. Ihr könnt auf uns zählen. Und... Marsch! Achtung! Und los! Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Wollen wir eigentlich das Pech ein bisschen ersetzen? Äh, warte mal. Ich muss jetzt gucken, wo mache ich das eigentlich? Ah! So, bauen wir das hier mal ein bisschen nach, hm? Ersetzen den Feuerfluss. Wir benötigen Pech. Ah, okay. Das ist alle. Die Frage ist, wie schützen wir jetzt die Steinbrüche? Ich würde sagen, indem wir hier... ... einen kleinen Steinturm errichten. Das geht auch nicht. Das wird ewig dauern, bis wir hier 300 Steine zusammen haben. Alter! Die Truppen des Schweins greifen an. Achtung! Herr, vorwärts! Oh Gott! Das sind viele. Aber ich glaube, die lassen, so wie es aussieht, lassen die die Steinbrüche zumindest in Ruhe. Das macht es ja zumindest etwas erträglich. Dass die halt nicht, äh, die ganze Zeit versuchen, jetzt die Steinbrüche zusammen zu knüppeln. Wenn doch, dann wird es richtig lange dauern, glaube ich. Dann wird das richtig schwer. Lass mich raten, Steine kann ich natürlich auch nicht gauzen. Klar, das wäre jetzt so einfach. Wir schicken also die... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich weiß nicht genau, was der vorhat. Was macht denn der jetzt? Ähm... ... ... ... ... Lauf ruhig in das Feuerfeld rein hier. Das wird euch gefallen, glaube ich. Oh yes, ich glaube, die hätten, äh... ... die zielen genau darauf ab. Aber pass mal auf. Für euch bereite ich die zweite Welle vor. Feuer gefällig? Oh, shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Bogen ist euer. Feuer gefällig? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, jetzt wird es brutal. Guckst du dir an, wie hier alles brennt. Brennt eigentlich mein Holztor auch? Oh, das Überleben habe ich immer noch viel zu viele, ey. Wieso habe ich einen hinbogen? Wer macht hier Bögen? Ach, du. Ich brauche dringend Nahkampfausrüstung. Hehe. Mach den mal fertig, bitte. Das wird wieder viel Pech kosten, das alles zu ersetzen. Oh, schade, 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 irgendwie. Wir stehen zu euch. Wir stehen zu euch. Oh, das Gitter ist runter. Ja, die Pekingiere sind down. Na gut. Haben wir das Problem schon mal gelöst? Ich habe null Gold. Okay. Ich sollte auch mal anfangen, Eisen abzubauen. Warte, was? Warte, was? Da ist immer noch eine Lücke? Das gibt es noch nicht. Okay, das wird jetzt Verluste bei den Menschen. Äh! Das wird jetzt Verluste bei den Menschen geben. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Ich habe keine Ahnung, wo oder wie die da durchgekommen sind. Aber sie sind es. Ja, schwingt eure Stöcker, solange ihr noch könnt. Ich baue eine Schmiede. So. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeile. Ich habe ein paar Streitkopf, mein Freund. Ich habe eh viel zu viele von diesen Brustplatten. Oh, paar andere Schützen. Es werden Waffen benötigt, Seier. Waffen geschultert! Ich baue ja absichtlich Holzplattformen, ne? Und keine... Und Marsch! Keine richtigen Türme. Da die immer in die Richtung kommen, würde ich sagen, platzieren wir hier halt nochmal den nächsten hin. Bereits eurer Lordschaft! Oh, da kommt jetzt zwei hin. Ein bisschen schwer, die auf die Holzplattformen so rückwärts zu degenerieren. Ah ja. Zu generieren, delegieren, was auch immer. Aber es passt schon. Ach Gott, sieht das hier alles verbrannt aus, ne? Ich sollte vielleicht auch finden, das so dicht zu machen. Es reicht auch, wenn ich das hier so ein bisschen verteilt mache. Das... Wir benötigen Pech! Das zündet sich dann ja reihenweise an, ne? Aber die Pechvorräte sind nicht sonderlich reichhaltig. Wie wir hier zur Verfügung... Ah, ich glaube, das war keine gute Position. Dann doch lieber hier irgendwo. Oh, da. Da zum Beispiel. Und ich werde auch noch einen dritten... Kann ich hier oben vielleicht noch irgendwas platzieren? Ne, ich kann nur mit maximal drei Steinbrüchen arbeiten. Und damit soll ich jetzt 300 Steine durch den Sumpf transportieren. Alter. Ich hab 14. Ich würde sagen, wir sind gut davor. Warum macht ihr nichts? Warum wollen die denn nicht arbeiten? Momentan betriebsfähig. Ja, warum machen die denn nichts? Scherzkekse oder was soll das, hä? Na, ich warte, bis ich ein bisschen mehr Pech habe. Das ist ja auch was, was ich nünftig verwenden kann. Ich bräuchte mal irgendwie steuern. Ich hab null verfügbare Bauern. Ah, ja. Ich würde sagen, wir fangen mal mit einer Hopfenfarm an. So, warum auch immer ich die jetzt so weit weggebaut habe. Ich weiß es nicht. Aber gut. Ich hätte auch Eisenminen bauen können. Aber die würden wahrscheinlich auch wieder ewig brauchen, um von hier hinten mal Sachen her zu transportieren. Wäre besser als keine, aber... Auf die Schnelle wird das auch nichts. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Achtung! Im Laufsitz! Wir können ruhig mal alle da hochgehen und den nächsten Schweinsangriff abfangen. Ich hab neun Pech. Die Pechvorräte sind zu knapp, Sire. Das tut mir leid. So, worauf hast du eigentlich hier, ha? Kein Eisenmeiler. Ah! So! Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig. Ich hab das ganze Eisen verkauft. Na, dann fang mal an hier. Dann fangt mal an, Leute. Holt euch einen Job und produziert ein bisschen Eisen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, Malone. Holt uns ein wenig Gold. Unsere Goldvorräte wachsen schweblich. 50 Einwohner schon. Und 5 Apfelfarmen reichen anscheinend aus, um sie zu ernähren. Und wenn ich eine Installation gemacht hätte, würden wahrscheinlich auch die 4 ausreichen für 50 Einwohner. Das ist doch gut. Dann galt mal so viel. Und ich meine, für die gesamte Ernährung des Volkes gerade mal 20 Holz auszugeben, das ist effizient. Achtung! Allzeit bereit. Die passen da nicht mehr rauf. Na toll. Und marsch! Oh, dann will ich aber hier vollbesetzte Türme sehen. Oder Holzplattformen. Vollbesetzte Plattformen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Als ob. Ah, okay, ja. Den kleinen, äh, Vorsprung. Kommt die 5te rauf. Die 5te Einheit. Nicht die 5te Schützin. Weil das gibt's hier nicht. Frauen. Pah. Ihr könnt doch gar nicht schießen. So, okay. Das ist ein sehr kümmerlicher Pechgraben, aber, naja. Besser als kein Pechgraben. Also beschwert euch mal nicht. Was achten die Beliebtheit sonst so? Das vollkuldigt euch, Seier. Hier war ich noch plus 6 Nahrung, weil ich gerade noch Fleisch und Käse drin hatte. Aber das ändert sich jetzt auch wieder. Oh, der Eisenmann braucht ja bestimmt eh noch 100 Jahre. Ne, ich kann keinen weiteren Steinbruch hier errichten. Das ist unmöglich. Ich habe noch weitere Ochsen, die auch errichten. Die schweizgreifen an. Der greift immer mit Haufenweise Pekingieren und Knüppelkriegern an. Das ist nervig. Und vor allem halt immer in zwei Wellen, ne? Waffen geschultert! Okay, die sammeln sich erst mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, die gehen auf die Steinbrüche, oder? Was haben die vor? Warte, was? Ach, das sind Armbrustschützen mit... Ach, Scheiße. Okay, das tut ihm schon mal ordentlich weh. Aber ich glaube, es war ein bisschen zu früh angezündet. Und die laufen jetzt, die meisten laufen drumherum. Bereits eure Lordschaft! Die meisten. Viele sind verbrannt. Und sie wechseln die Seite. Weil man wahrscheinlich da drüben irgendwo durchkommt wieder. Weil das irgendwo kein Mensch jetzt gesehen hat, wo man hier wieder durchkommt. Aber die, die wissen es. Hier, die Berge, die sind... Irgendwie kommt man da wieder rum. Was weiß ich. Beispiel hier. Oh Gott, da müssen wir unsere Mönche verlagern. Aber da braucht... Ja, Scheiße. Das ist alles nur, weil ich hier... Kein Eisen hatte, um Streitkolbenkämpfer zu machen. Alles nur deren Schuld. Irgendwie treffen die die nicht hier. Na okay, jetzt... Aber auch nur so ein bisschen, ne? Bisschen mickrig. Na toll, jetzt werden die Ochsen kaputt gemacht. Aber ist okay, die kommen ja gerade wieder. Ich habe mir ihre Ladung gerade abgeliefert. Und ich habe vergessen, hier zuzumachen. Wo auch immer die da durchkommt, ich habe keine Ahnung. Wie kann ich helfen? So, ihr Mönche, jetzt wird's... Jetzt wird's übel. Jetzt wird's übel für die Mönche. Oder auch nicht, Alter. Die hauen sich da echt gut durch, ne? Muss man denen lassen. Die wissen sich zu wehren. Mönche, das klingt vielleicht harmlos, aber die haben faustig hinter die Ohren. Ja, wahrscheinlich, weil sie mit Gott unterwegs sind. Gehen wir, Brüder. Ich glaube, es sind zu eindeutig in der Überzahl. Zur Stelle. Ich kann nicht anvisieren. Achtung! Ich kann nicht anvisieren. Warum nicht? Und los! Warum kannst du nicht anvisieren? Was ist los mit dieser Flasche? So, Feind ist bezwungen. Sehr gut. Dann füllen wir unsere Pechfallen hier ein bisschen auf. Wir haben nicht genügend Pech, mein Lord. Ja, willst du etwa mehr Pech haben? Naja, okay. So, hatten wir jetzt eigentlich inzwischen mal sowas wie Eisen. Kein Eisen, mein Lord. Anscheinend. Lol. Ich habe sieben Arme, der ist ja auf Lager. Das ist geil. So, das ist jetzt ein Wohnblock hier. Der ist vollendet. Und das Essen wird langsam knapp. Bitte schwinden dahin, euer Gnaden. Könnt ihr mal da bitte weggehen? Könnt ihr da mal bitte woanders spielen? Hier sind Erwachsene am Apfelgarten pflanzen, ja? Danke. Wo platzieren wir die am besten hin? Also erstmal mache ich hier drüben zu, damit die aufhören, die ganze Zeit die Scheißabkürzung zu nehmen. Danke. Da ist eigentlich umsonst ein Torhaus. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Aber wo? Wo errichten wir die nächste Plattform? Also da drüben scheinen die ja doch nicht durchgehend zu sein. Ich werde hier Sicherheitshaber... Ich sagte, ich werde hier Sicherheitshaber trotzdem einen Turm richten. Warte, wie viele waren das jetzt? Waffen geschultert! Bereits, eure Lordschaft! Heißt, ein Fünfter kann noch hin. Achtung! Und eine weitere Holzplattform kommt... Obwohl, warte, scheiß mal auf die Holzplattform. Zur Stelle! Die nächsten kommen hier rauf. Und Marsch! Auf das Torhaus! Sollte ich vielleicht hier vorne das Torhaus auch mal ein bisschen besetzen. Achtung! Vorwärts! Ja, sieht gut aus. Und los! Nee, der hat hier seinen Platz. Seier! Okay, die drei Holzplattformen stehen soweit. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Seier. Na, dann... Ist okay, ich hab sehr viel Gold. Wir können eine kurze Pause machen. Ich baue jetzt eine zweite Eisenmine. Der Typ braucht mir definitiv zu lang hier unten. Jetzt baue ich nicht nur eine zweite, ich baue noch eine dritte. Warum arbeitet da überhaupt keiner? Was ist los mit euch, ihr Zangen? Achtung! Wofür bezahle ich? Nur stelle! Natürlich, damit ihr schuftet, ist doch klar. Im Laufschritt! Hier vorne auch noch ein bisschen besetzen. Je mehr Armus schützen, desto besser. Und ich denke nicht, dass die Wellen des Schweins kleiner werden. Die Wellen des Schweins. Tolles Wort. Seit wann habe ich eigentlich Jäger? Keine Ahnung, muss mir irgendwie entgangen sein. Wir waren wahrscheinlich von Anfang an dabei. So. Und mehr Pech brauche ich eigentlich nicht, ne? Ja. Ist okay, hier noch ein bisschen. Und den Rest können wir erstmal sparen. Vielleicht für die nächste Angriffswelle. Ich bin gerade mal bei 30 Steinen. Wir brauchen das fucking Zehnfache. Aber das können wir auch lösen, indem wir zum Beispiel mal ein paar mehr Ortsen hier auch platzieren. Denn wir sehen ja, wie viele Steine die hier schon gehortet haben. Die haben so viele Steine, der nur darauf wartet, abtransportiert zu werden. Und ich habe immer noch Sorgen, dass die hier anfangen wollen. Den abzufrühstücken. Es sind nicht geliebende Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Gott, meine Bevölkerung ist gigantisch. Ich bin jetzt schon bei 66 Einwohn. Das wird immer größer. Achtung. So. Dann würde ich nämlich vielleicht mal hier bei den Eisenbienen ein paar Musschützenden platzieren. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Es werden Regionen benötigt, sei er. Was da passiert. Und los. Und ich sage mal so, sicher ist sicher. Auch wenn sie es bisher nicht angegriffen haben. Ich will nichts riskieren. Oder was hast du dazu, Elisabeth? Oh, das ist sogar mal ein halbwegs normaler Name. Ich könnte eine Kirche bauen. Wahrscheinlich, weil wir jetzt auch Mönche zur Verfügung haben, könnte ich mir jetzt auch eine Kirche bauen. Damit die was zum Beten haben. Aber nein, das muss nicht sein. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. So, ich sollte mal anfangen mit der Brauerei. Die sind ja völlig vergessen. Oh, zwei Brauereien. Lassen die sich hier kurz zu Frauen umoperieren. Guten Morgen, eure Lordschaft. So, sage ich doch. Und dann haben die erst mal was zu tun. Können ein bisschen Bier brauen. Also, das Brauen, das überlassen sie den Frauen. Aber das Aussaufen, das übernehmen sie dann gerne selbst. Kein Hopfen, mein Lord. Ah ja, und was ist das hier? Eine Fata Morgana, oder was? Frechheit. So eine schlechte Ausrede, die habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Ich würde sagen, es ist eine Zeit für schlechte Dinge. Ah ja. Und zwar, wir brauchen mehr Produktivität. Vier schlechte Dinge noch. Oh Gott. Das sieht zwar scheiße aus, aber ich habe jetzt echt keinen Bock, hier irgendwie meine Galgen oder Hackblöcke in besonders schönen Reihenfolgen hinzustellen. Das Volk ängstigt sich vor euch, mein Lord. So, 120% Tüchtigkeit. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Seier. Da können wir auch dir eben auf Exhalation stellen, denn ich hoffe, ihr arbeitet jetzt auch mal richtig hier und seid schön am Äpfel pflücken. Wollte ja gerade noch eine Apfelfarm dazu packen. Obstgarten heißt das ja, aber hier wachsen ja nur Äpfel. Das ist so, als würdest du einen Zoo eröffnen und wenn du reinkommst, dann bist du Pinguine. Ich meine, Pinguine sind geil, würden mir auch reichen, aber es wäre ja trotzdem irgendwie ein bisschen falsch deklariert, hm? Das Volk huldigt euch, Seier. Das Volk huldigt euch, Seier. Okay, damit können wir auf jeden Fall lesen. Wie sieht es mit der Schenke aus? Ah, das Holz fehlt noch. Ich könnte ja Holz kaufen, mein Gott, warum? Was soll der Geiz? Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Ich sehe schon, der Steinstapel ist jetzt doch schon mal deutlich größer als noch eben, bevor wir die ganzen Ochsenioche platziert haben. Wir sind schon bei 62 und haben die Zahl mal eben verdoppelt und es ist immer noch so viel hier. Unglaublich, wir brauchen noch viel mehr Ochsenioche. Guckt euch das an. Die Steinstapel sind gigantisch. Die Steinbrüche sind so produktiv, dass die Ochsenioche gar nicht näher kommen. Ach, endlich, der erste Knüppler. Machen wir sofort damit an. Da sieht man mal, dass uns anscheinend das erste Eisen einmal angekommen ist, aber... Er ist schon wieder direkt out auf Eisen. Wo verschwindet das denn direkt hin? Hier muss irgendwo so ein Eisensumpf sein. Was ist denn mit dir los? Ochsenführer, der arbeitet nicht mehr. Der Typ ist irgendwie ein bisschen stecken geblieben. Oh, toll. Irgendeines meiner Ochsenioche ist kaputt, oder was? LOL. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wenn die Gegner angreifen, dann fliehen die Kinder in die Häuser. LOL. Das ist wieder ein geiles Detail, was ich noch nie gesehen habe. Okay, sie greifen wirklich jetzt hier an. Da werden meine kümmerlichen drei Armbussschützen wahrscheinlich nicht ausreichen. Es werden Rekruten benötigt sein. Waffen geschultert! Feuer, gefällig? Oh mein Gott. Ja, die wollen hier richtig Kahlschlag verursachen. Da war ich ein bisschen gut, glaube ich, mit meinen drei Armbussschützen, dass ich dachte, das würde reichen. Die machen alles kaputt. Okay. Die wollen alles zerstören. Ach du Scheiße, sind das aber auch viele, ne? Ja, die wollen Kahlschlag machen. Schein, die Gleister. Ja, jetzt habe ich immerhin gleich wieder ein paar Bauern zur Verfügung, weil hier alles kaputt gemacht wird. Na toll. Man muss das alles positiv sehen. Ich weiß ja nicht, wo die Bauern jetzt gerade wieder hin verschwinden. Achso, wahrscheinlich, weil die nur umgebracht worden sind, aber die Gebäude nicht zerstört, hä? Ja, die bringen nur die Leute um, aber zerstören die Gebäude nicht, oder? Ich sollte vielleicht lieber mal da drüben aufpassen. Aber bisher machen die Armbussschützen noch einen ganz guten Job. Auf da. Ja, natürlich kann man da auch wieder hoch. Es ist unglaublich, ne? Das ist echt betrübt. Es ist okay. Es ist wirklich okay, solange die da unten die ganze Zeit von mir aus können die alle meine Ochsen killen. Es ist in Ordnung. Solange die halt die Gebäude nicht kaputt machen und nicht halt sparen, es ist noch okay. Sehr wohl. Jawohl. Mit Gott. Ab gegen diese gottlosen Knüppelkrieger. Gehen wir, Brüder. Sehr wohl. Oh, scheiße. Da kommt die Pikiniere. Jetzt wird's, jetzt wird's ein interessantes Battle. Pikiniere versus Mönchen. Gehen wir, Brüder. Das kann ja was werden. Warte noch ein bisschen, lass mir von den Armbussschützen noch ein bisschen helfen. Aber den Knüppler halten wir jetzt schon mal auf am besten. Gehen wir, Brüder. Nein, Mönch, geh weg. Du Armer. Hier soll es jetzt nicht die letzte Anstandstruppe sein. Ach Gott, sind das viele, ne? Okay. Gehen wir, Brüder. Gehen wir, Brüder. Komm. Sehr wohl. Ich meine, es sind 15 gegen 1 jetzt hier. Oder 12, halt. 12 Mönche leben noch. Der Holzweller gegen den Pikiniere. Ein ungleiches Duell. Der nächste Holzweller. Gehen wir, Brüder. Na, okay. Da kommt die nächste Welle an Pikiniere und die ist viel größer. Oh Gott. Please, stopp. Es werden Rekruten benötigt sein. Und los. Vorwärts. Seier. Knüppler habe ich bisher nur zwei, ne? Also dieses Schmiede. Das ist echt ein Witz. Okay, die da unten killen weiterhin alles an Stein und lassen niemanden durch. Oh, meine Armos-Schützenraum. Oh, der schießt eh nur die Obsten. Er greift sich an den Schwächeren. Okay, das ist jetzt ein Suizidkommando für die Mönche. Ihr habt so lange durchgehalten. Jetzt war's. Das ist leider für euch. Ich bin stolz auf euch. Die letzten acht halten, die hier aufkommt. Oh mein Gott. Das hat Stand gehalten. Acht Mönche stehen immer noch von den anfänglichen 15. Alter, das sind echte Haudegen. Ja, hör. Achtung. Die Typen sind nicht klein zu kriegen. Waffen geschultert. Im Laufschritt. Ja, hör. Und Marsch. Wir verstärken hier weiter vorne. So, jetzt muss ich erst mal die Schäden angucken. Also ein Steinbuch ist draufgegangen. Den kann man ersetzen. Ist nicht so teuer. Und ein paar Ochsen, die auch... Wenn ich es jetzt hier genau sehe, sind es gar nicht mal so viele, die dabei draufgegangen sind. Das geht voll klar. Essen ist immer noch so, naja. Aber mit Exhortation hält es sich hier interessanterweise. Und vielleicht sollte ich die schlechten Dinge abreißen, sobald der Feind wieder angreift, damit wir halt mehr Schaden machen. Das wäre so eine Idee. Und was ist mit diesem Typen hier los? Irgendwo steckt hier einer von denen fest. Aber ich will jetzt nicht jedes einzelne Ochsen noch abreißen. Du kostest immer 10 Holz pro Stück. Das kann ich nicht machen. Na, dann generiert euch mal. Mal, dass man Leute nicht so direkt entlassen kann oder halt sehen kann, wo die arbeiten. Ich weiß nur, dass es irgendein Ochsen führe. Aber von welchem Ochsen? Was weiß ich. Die brauchen halt auch alles so ewig lang, um irgendwo hinzukommen. Eben durch, dadurch, dass hier alles so versumpft ist. Sehr, sehr blöd. So. Die Welle hier nochmal verstärkt. Und wenn jetzt hier immer noch irgendjemand durchkommt, ne? Dann raste ich aus. Dann habe ich kein Verständnis mehr. Gott, haben wir viel Pech. Wie das hier immer aussieht, wenn alles verbrannt ist, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Kann ich hier eigentlich auch eine Kohlepfanne rauf platzieren? Ne, da müsste ich schon... Oh, warte, oh! Ich könnte hier eine Holzplattform errichten und eine Kohleplattform machen. Problem ist aber, ich weiß nicht, ob die Gegner jetzt halt wieder hier hinrennen, jetzt wo hier endgültig alles zugemauert ist. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, ob ich das da wirklich mit Pech zumachen soll. Oder ob das dann jetzt eher Verschwendung wäre. Schwer zu sagen. Wenigstens werden jetzt endlich mal die Steine abtransportiert. Meine Steinvorräte... 78, Alter, wir brauchen 300! Oh. Nochmal zwei Ochsen, Joche. Es werden Waffen benötigt, Sire. Jetzt mal for real. Kann man hier einfach hochlaufen? Ich glaube, da drüben nicht. Nur hier, ne? Für mich ist es auch so, dass man nur hier hoch könnte. Heißt, wenn wir hier vielleicht einen kleinen, süßen Turm platzieren, so eine kleine Holzplattform... ...was natürlich wieder nirgendwo steht. In Ernst? Ich kann hier nirgendwo... Warum kann ich hier nirgendwo hinstellen? Wahrscheinlich, weil hier direkt an den Wald platziert werden muss. Und das geht jetzt hier wieder aus irgendwelchen Gründen nicht. Ah, ich kann hier nicht hinplatzieren, nirgendwo. Er ist auch irgendwie zu weit vom Bergfeld weg. I don't know. Auf jeden Fall kommt dieser kleine Pfahl hier weg. Ich werde jetzt nicht zehn Steinen ausgeben, das können wir vergessen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Zur Stelle! Na, was machen wir mit all den Armbossschützen? Verziehen wir vielleicht dann einfach ohne Turm hier hin? Ah, gut. Dann halt ohne Turm. Das ist auch okay. Ich maue hier Sicherheit, sag mal, zu. Keine Ahnung, ob die da hoch oder runter können. Nee, egal. Ich maue hier zu. Die Neuen sind dann halt die neue Elite-Truppe. Und der Rest verstärkt bitte die Burgwelle. Achtung! Und los! Okay, der Turm ist echt randvoll. Ja. Vorwärts! Gott, ich hab so Angst, sie jetzt da drüben irgendwo anfangen durchzulaufen, ne? Weil die hier dann wieder irgendeine Lücke entdeckt haben oder so. Dann machen wir hier sicherheitshalber einmal zu. Wieder mit einem traumhaft schönen Tor aus. Das überhaupt nicht kacke aussieht. Nein, nein. Furchtbar. So. Tatschwein will ich sehen, der da durchkommt. Hätte vielleicht meine Holzfäller noch ein bisschen mit einschließen können, aber jetzt ist zu spät. Okay, wir können endlich mal eine Runde chillen und es sind sehr viele Ochsenlocher auf dem Weg zum Steinablieferer. Aber es ist immer noch so viel hier, ne? Also wir können immer noch mehr platzieren, glaube ich. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Euer Gnaden, Gold, fließt in die Schatzkammer, Sire. Da brauchen wir etwa mehr Dingsbums. Oh, warte mal. Wir haben ja hier noch die Schenke. Die aber lächerliches Plus Eins liefert. So Zeit für eine zweite Schenke, würde ich mal sagen. Und Zeit für noch einen weiteren Apfelgarten, den ich da natürlich nicht hin platzieren kann. Klar. Das Volk ängstigt sich vor euch. Eine Botschaft des Schweins. Die Männer des Schweins erkennen nur eins, den Sieg. Und bald sind sie da. Das Volk liebt euch, meine Holz. Okay. Wenn du meinst, Schwein. Wenn du meinst. Alright. Der Typ holt gerade... ...schön was ab. Ich hab so viel Pech, ich könnte damit... ...was weiß ich alles anstellen. Verstärke einfach nur den Wallen bis... ...äh, den Wall... ...den Sperre ein bisschen. Inzwischen sind wir fast bei 100 Steinen inzwischen. Mhm. Zwei Mal inzwischen in einem Satz. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Hm. Jetzt muss ich ja glatt überlegen. So, 114 Steinen schon. Also das ist mit den ganz vielen Ochsen inzwischen. Das läuft doch, läuft doch. Die Truppen des Schweins greifen an. Wieder so Riesentor... Ja. Ich fürchte, das wird jetzt jede Welle so sein. Wir bleiben bei den vollen Rationen, weil ich muss schon wieder eine Hütte bauen. Gott. Das werden immer mehr. Ob die spawnen hier irgendwo? Aber das ist furchtbar. Das ist ja echt unglaublich. Ja, Elisabeth. Ich würde mir langsam mal in Sicherheit bringen. Trifft Leute. Ich muss ja keine beschissenere Zeit ausruhen, wenn die Leute zu treffen. Das ist ja eine Riesenanzahl im Pekinieren vor allem. Das ist echt braun. Die Frage ist, wann zünden wir das Ganze jetzt an? Okay, sie ist tot. Die Ochsenloche werden gerade alle erschlagen. Aber es ist nicht so schlimm. Die kommen ja schließlich gerade zurück. Die kommen ja gerade zurück. Ich warte auf die Pekiniere. Jetzt. Boah. Alter. Wir hätten Reaktion. Es hat einige erwischt. Und sie reißen die Mauren ein. Oh, und sie reißen die Mauern ein. Das war vielleicht gar keine so schlechte Taktik, das da drüben offen zu lassen. Jetzt mal ganz ohne Witz. Weil die das total abgelenkt hat. Dadurch sind die immer hier außen rumgegangen worden, währenddessen total niedergeschossen. Und haben halt nicht angefangen, hier die Mauern direkt einzureißen. Guck, die Lebenspunkte dieser Holz A. Weil das ist jetzt halt gerade richtig kacke. Mönche, wir brauchen eure Glaubenskraft. Wir müssen den aufhalten. Der will uns zum Burk her. Ja, ein Pekinier ist jetzt auch kein Drama. Alter. Streitkolbis sind durch. Den macht der Lord her persönlich. Den, der Lord her. Den macht der Lord persönlich fertig. Ha! Der ergreift sogar gar nicht. Man rückt dem noch zu Leib. Guckt euch mal meine Burg an. Ach du Scheiße. Da ist nicht mehr viel von übrig. Und los! Jetzt lasse ich mal ein bisschen den Stein ersetzen, weil sonst der arme Junge da feststeckt. Scheuer unerreichbar, Seier! Äh, okay. Ja, dann feist sich halt einfach durch die Wand durch. Ich werde den Turm hier erstmal ersetzen. Und dann kann ich da aus irgendwelchen Gründen nicht bauen. Perfekt. So, ähm. Also machen wir das? Mache ich das wieder? Mache ich hier unten tatsächlich eine Mini-Lücke? Ich mach's. Damit die... Da reingebaitet werden, sozusagen. Hier kommt der Weil alle mal hier rauf. Wir müssen den Holzwall definitiv dicker machen. Ich weiß nicht, warum ich da nicht bauen kann, mal wieder. Aber es geht nicht. Ja, da kann ich auch wieder nicht bauen. Ich weiß nicht, was da im Weg ist oder so. Aber irgendwie kann ich da halt nicht bauen. Geht nicht. Okay, ich hatte aber gesehen, Stein läuft ja inzwischen wirklich. Ich meine 143 und alter Schwede, hier stapelt sich schon wieder alles. Mit Zeit für mehr Ochsen, Joche. Der Kornspecher ist zum Bärsten voll. Okay. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk ängstigt sich vor euch. Das Volk huldigt euch, Sire. Na, was denn jetzt? So, okay. Bier aus Schank ist bei drei. Ja gut, okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine ganze Schenke baue, nur um da eine plus vier oder eine plus drei zu haben. Sire! Mal ein bisschen übertrieben. Und Marsch! Die Bogenschützen hier unten, äh, die Armustelle ist hier natürlich immer wieder gar nichts zu tun, ne? Typisch. Eisenmine bringt die Güter ins Lager. Ach, Güter ins Lager bringen, apropos. So. Wir müssen hier natürlich wieder Pech, äh, auffüllen. Aber mehr als genug. Und das hat eben richtig schön gebrutzelt. Und wir sollten wirklich direkt hier vorne an, also wirklich direkt am Torhaus anzünden lassen können. Und am Turm. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wenn die wieder auf die Idee kommen, dass sie meinen müssten, äh, hier anzuzünden, gibt's, äh, äh, hier anzuzünden, hier sich einzureißen, bam, werden die angezündet und verbrennen. Okay, ist ja blutrünstig, aber muss sein. Ich wünsche wirklich, ihr könnt hier noch einen Steinbruch bauen, ne? Oh, ich hab noch eine Eisenmine. Brauch ich irgendwas. Was macht eigentlich der Burgherr hier? Denkt sich, ich mach mal eine Weltreise, alles klar. Und bete mal, dass das Schwein nicht kommt. Ich wünsche wirklich, ich könnte noch einen vierten Steinbruch bauen, ne? Aber, gut, rein theoretisch müssen die eigentlich nur die Ochsen-Dörche abtransportieren, ne? Die müssen einfach nur mal Hände machen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Wie viel Stein ist das denn? Ich meine, wenn man ausgeht, acht Stein pro Rind. Acht, sechzehn, vierundzwanzig, zweiunddreißig, vierzig, vierzig, achtundvierzig, sechsundfünfzig, alter. Da kommen gerade vierundsechzig Steine auf uns zu. Das sind dann schon mal eben die zweihundert, ne? Achtung! Es werden Waffen benötigt. Schreiz, eure Lordschaft! Vorwärts! Ab auf die Mauern. Steht eigentlich irgendjemand hier vor? Ne, sind alle auf dem Torhaus drauf. Das ist doch schön. Ja, endlich! Dass ihr da so brav die Stellung haltet. Ja, Achtung! Zur Stelle! Im Laufschritt! Und Marsch! Geh mal da drüben hin. Ich glaube, ich muss mein Vorratslager langsam erweitern. Das könnte ich sogar gerade machen. Die Waffen kann man jetzt gerade sowieso lernen. Plötzlich ich dann aber hier. Und erweitere meinen Vorratslager. Ein bisschen. Und die da mehr Platz. Dann können die ganzen Steine lagern. Das Schwein greift mal wieder mit einer Gigatruppe an. Zum Glück sind meine Ochsenlager fast schon durch die Tür. Oh, die werden es nicht schaffen. Die zwei. Bin zu langsam. Es sei denn, das Schwein genehmigt sich jetzt für eine große Pause. Das sind halt 16 Steine, die dann verbrennen würden. Das kann ich nicht zulassen. Das ist absolut unmöglich. Die Paar kann ich hier durchlassen. Das ist mir egal. Das ist nicht tragisch. Die sterben, wenn die da durchlaufen. Genau, der Teil ist jetzt interessant. Mit dem Pekinieren. Okay. Ja, 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 oder? Nein, fuck. Der Teil hier drüben brennt nicht. Warum auch immer. So. Ich glaube, das hat sie ganz gut vorgedamaged. Also bis auf die Teiltypen hier drüben natürlich. Das ist klar. Die drüben ist alles chillig, ne? Die sind doch so low. Mach die fertig. Waffen geschultert. Waffen geschultert. Ich muss das hier, glaube ich, anzünden einmal. Das erwischt einige Pekiniere. Nein, du sollst es anzünden. Das ist Pech. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das Pech da nicht anvisiert. Ah, da unten. Sehr gut. Oh Gott. Und los. Im Laufschritt. Ja, hör. Auf ins Knie. Alter, sind die Pekiniere durch. Oh, warte, was? Nein. Oh Gott. Er macht aber auch immer einen Schaden, ne? An einem. Es werden Waffen benötigt. Wahrscheinlich, weil meine Truppen halt kampfgeschwächt sind durch die schlechten Dinge. Ich vergesse immer die Einzweifel. Ich vergesse es immer. Oh, Gottes Willen, was ist hier nur passiert? Wieso kann ich da nicht bauen? Was verpasst? Irgendwie heiliger Boden oder sowas? Ich habe auch schon gesehen, wenn es über 235 Stinks... Stein. Schon mal ganz nice. Okay. Ähm. Hier braucht ihr nicht mehr zu verstecken. Ihr könnt da hoch. Das Pech, das Pech, das Pech. Was täten wir ohne das Pech. Nur könnt das nicht doch passieren, mein Lord. Das wäre aussichtslos, ne? Echt aussichtslos. Wir benötigen Pech. Ich habe auch einige Pechgruben verloren in der Zwischenzeit, ne? Stimmt. Vielleicht wollte ich hier nochmal irgendwie so zwei Stück... Man muss aber so raten, wo man das hinbauen kann, ne? Das... Ja, hier geht es dann so plötzlich wieder. Ich weiß nicht genau, nach welchen Kriterien das funktioniert. Aber irgendwie... So, 231 Steine. Es fehlen nur noch 70. Vielleicht drücken wir jetzt ein bisschen auf die Tube und bauen nochmal zwei hin. Auch wenn hier gerade schon wieder eine riesen... Drei Ochsen auf einmal ankommen. Und die Knüppler sind auch wirklich eine schlagkräftige Truppe, die das Ganze gut unter Kontrolle halten. Die Mönche haben ihren Teil geleistet. Also, die Mönche bin ich absolut stolz. Die haben richtig viel Arbeit gemacht. Den Rest durften dann die Knüppler erledigen. Wir haben nicht genügend Pech, mein Lord. So, ich habe jetzt eine neue Frau, ne? Die Linde, genau. Wenn eine stirbt, wird einer in die nächste Reihe waren. Scheiß auf. Ups, das wollte ich nicht. So. Wir dürfen es bald geschafft haben. Oh ja, da kommen so viele Ortsen ja auch an. Ich weiß nicht. Vielleicht hätten wir es sogar schon geschafft, wenn die alle ankommen. Die Knadensvorräte sind sehr knapp, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Euer Knaden fließt in die Schatten. Ich habe sowieso so viel Gold. Alter, guck mal, wie viel Gold ich habe. Ich könnte richtig Waffen kaufen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Wir können uns hier einfach, wenn ich Bock habe, ein bisschen ausgeben und kaufen jetzt einmal ein paar Knüppler. Als kleine Resttruppe. Können wir uns auch was zum Verkaufen? Nö. Nö, nö, nö. Wichtig sind ja sowieso die Fernkämpfer und die Knüppler halt dann, wenn die Fernkämpfer gefallen sind. Und Marsch! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wie viele haben wir denn inzwischen? 22. Plus noch. Äh, wo sind sie denn? Wo sind meine Elite-Mönche? Sag bloß, sie sind tot. Nein, meine Mönche sind tot und ich habe es gar nicht bemerkt. Irgendwann haben die meine Elite-Mönche umgebracht. Nein. Das, die Drache. Na, warte, Schwein. Ich wünsche nichts, nichts woanders. Oh, das könnte reichen. Das könnte reichen. Obwohl, na, warte mal, wie viele sind das? Das sind ja gerade sechs Ochsen, die hier ankommen. Doch, das könnte reichen. Wir haben nicht genügend Pech, mein Lord. Vielleicht muss ich noch eine Welle überstehen, aber... Das sieht gut aus an Stein. Ich bin da 264 und hier kommen sechs Ochsen, die auch... Ja, das sollte reichen. Geil. Sehr, sehr cool. Es hat gedauert, bis es hier angelaufen ist mit der Steinproduktion, aber durch diese unfassbare Anzahl an Ochsen, die auch... Es ist dann schließlich doch noch hingehauen. Und ich musste sie gar nicht mal beschützen. Das Schwein hat sie nicht wirklich getargetet. Aber den Torsten auch nicht. Neun Armbrustfützen stehen hier so zur Sicherheit. Die Truppen des Schweins greifen an. Eine Botschaft des Schweins. Eure Tage sind gezählt. Geil. Okay. Ich habe 300 Steinen. Ah, okay. Ich dachte schon, die wollen jetzt ernsthaft, dass ich die noch besiege hier. Ich meine, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht schlimm gewesen, aber... Okay, sehr nice. Wir haben die 300 Steine für die Mönche herangeschafft. Mal gucken, was sie damit jetzt anfangen werden. Nachdem ihr eure Aufgabe erfüllt habt, zieht ihr euch im Schutz der Dunkelheit in den dichten Nebel zurück. Hinter euch hört ihr die Flüche der Männer des Schweins, die das Kloster suchen. Okay. Anscheinend wurde hier eine Grafschaft zurückerobert. Sehr schön. Wir sind immer noch hier, haben das nicht erobert, aber beim nächsten Mal werden wir weitersehen, wenn es dem Schwein endlich an den Kragen geht. Diesmal haben wir uns gerade zurückgezogen und den Mönchen geholfen, da die uns schließlich auch schon geholfen haben. Und... Ja, dann war es das hier an der Stelle von Stronghold. Danke an die, die ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Hast duų?